Ich wünsche allen Völkern, allen Zivilisationen dieser Erde, die das Neujahrsfest jetzt ferieren gerade, alles, alles Gute. Ich wünsche, dass es ein gesundes Jahr wird. Ich wünsche, dass es ein friedliches Jahr wird. Ein Jahr ohne Gewalt. Ein Jahr, das wir hoffentlich zusammen begehen können. Nächstes Jahr hoffe ich, dass ich wieder dabei bin. Dann werden mich meine kurdischen Freunde wieder einladen, dass wir gemeinsam das Neujahrsfest hier in Deutschland feiern. Ich weiß, viele von euch sind im Gedanken bei den Brüdern und Schwestern, die jetzt gerade bedroht werden, die jetzt gerade unterdrückt werden, die im Gefängnis sitzen, die ihre Sprache nicht sprechen können, die ihre Kultur nicht pflegen können. Auch meine Gedanken sind bei ihnen. Seid versichert, dass wir diesen Kampf gemeinsam kämpfen. Den Kampf für eine bessere Welt, in der Unterdrücker sich zurückziehen müssen, der die Freiheit siegt. Alles, alles Gute. Bleibt gesund. Auf bald. Ab bald. Untertitelung des ZDF, 2020